Super, ich freu mich, das wird bestimmt lustig. Ja klar, du hast ja recht. Und wir können ja mal ein andermal mit den Jungs was machen, oder? Hi! Moment, erst alles Gute zum Geburtstag. Hi! Alles Gute! Hi! Hallo! Wollt ihr euch mit hinsetzen? Ja, gut. Das sieht echt gemütlich aus. Hier, habt ihr die Jungs da drüben am Baum gesehen? Genau da gehören sie hin, oder? So schrecklich. Wir haben uns erst überlegt, ob wir rüber zu denen gehen wollen, aber wir haben uns für euch entschieden. Gute Entscheidung. Wo feiert ihr eigentlich heute Abend? Genau. Oh, Laila und ich haben was ganz tolles für Jule geplant. Voll super. Wir wollen in der Stadt shoppen, mit Duschbädern und allem. Ja, das wird super machen. Pyjama-Party. Nur wir drei. Und ihr wollt nicht irgendwie... Das ist echt cool, bei Uwe in der Gartenstadt. Ja. Es ist eine riesen Feier und es sind ein Haufen Leute eingeladen. Alkohol, umsonst. Richtig. Das wäre doch saucool, wenn wir dann zusammen hingehen würden. Ja, aber wir haben jetzt eigentlich schon so viel geplant und außerdem... Ja, ich habe auch ein bisschen... Bisschen Alkohol haben wir auch für uns. Ja, den könnt ihr mitnehmen. Kommt halt mit. Ja, die Party ist echt cool. Kommt doch mit. Pyjama-Party. Liver Pyjama-Party. Ja. Amybrahimovic-Party.